Was können wir über den Lauf berichten? Tolle Natur, Single-Trail, Wurzeln, Morask wie Moor von Morask. Ja, eher ein bisschen steile Passage, aber ich hatte ja einen Aufzug. Das ist was ganz was Neues, geil. Perfekt. Und Panorama. Besser geht's nicht. Jetzt kann uns mal hier die Redaktion abnehmen. Oh, König, kann man nur empfehlen. Klappe zu.